Vielleicht musst du ab und zu mal in ein Invest gehen. Denn was passiert? Ich habe Rollrasen bestellt oder meine Frau hat Rollrasen bestellt und dann kamen acht Paletten von diesem Zeug. Und die Dinger sind schwer ohne Ende. Also für alle die, die glauben, ja klar, wenn du mehr Geld hast, mehr investieren kannst, dann wird das auch alles leichter. Wenn ich mehr Geld und mehr investieren kann in meine Marke, na ja, sicher ist das einfache. Nichts da. Mein Rücken erzählt mir eine ganz andere Geschichte. Das waren acht Stunden lang Rasenhäute verliegen. Da ist nichts leichter. Dir tut alles weh. Hätte ich das mit diesen Grassamen gemacht, wäre das irgendwie körperlich zumindest einfacher gewesen. Ich würde mich innerhalb meiner Komfortzone bewegen. Ich würde weniger Geld in die Hand nehmen müssen. Aber ich müsste halt auch echt lange auf ein geiles Ergebnis warten. Der Martin Rebell Podcast. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und heute geht es um das Thema oder besser gesagt um die Frage, warum bin ich mit meiner Marke nicht erfolgreich? Und vielleicht hast du dir schon mal diese Frage gestellt. Vielleicht hast du Antworten gefunden. Vielleicht ist aber das eher so ein Try-and-Error-Thema. Du stochest noch so im Dunkeln und weißt aber nicht genau, warum das irgendwie nicht funktioniert. Und das steht im unmittelbaren Zusammenhang damit, dass diese Podcast-Folge heute hier nicht pünktlich morgens auf Sendung ging, sondern jetzt erst heute Nacht. Denn ich habe heute den ganzen Tag Rollrasen verlegt. 400 Quadratmeter, 10 Tonnen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir gerade körperlich geht. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, diese Podcast-Folge zu machen. Denn ich habe in der Community gefragt, was soll ich heute zum Thema machen? Und alle, ausschließlich alle Antworten auf diese Frage war, mach was zum Thema Rollrasen. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich könnte jetzt hier ein bisschen was erzählen, was ist zu beachten beim Rollrasen. Aber es ist auch eine perfekte Metapher dafür, zu erklären, warum du mit deiner Marke nicht erfolgreich bist. Und zwar, uns wurde empfohlen, für diese besagten 400 Quadratmeter Gras-Samen zu säen. Also du hast dann irgendwie so einen aufbereiteten Boden, so einen Mutterboden, und der wird dann gedüngt. Und dann bewegt man dann gleichmäßig die rechte oder linke Hand im Wurf und verteilt dann die Gras-Samen. Und wir haben uns überlegt, hey, es ist echt trocken. Die Erde, die da, oder dieser Erdboden, der da die ganze Zeit rumliegt, das fliegt ja alles durch die Gegend. Wenn es mal regnet, ist das eine unfassbare Sauerei. Wir müssen investieren in Rollrasen. Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Die Hunde gehen da durch, die Kinder spielen da drin, in diesem Stammloch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen in die Investition. Jetzt kannst du auf der einen Seite sagen, na ja, hättet ihr auch günstiger haben können, indem ihr euch den ganz normalen Gras-Samen besorgt und ausstreut und dann wartet ihr, bis das Ganze wächst. Und ehrlich gesagt gehen so viele Unternehmer und Unternehmerinnen vor, die sagen, ich gehe erst mal in das kleine Invest. Gras wird da sowieso wachsen, früher oder später. Aber ich habe am Anfang nicht diese große Investition. Und das Problem ist aber, wenn du das schon mal gemacht hast, wenn du schon mal Gras angesät hast, dann ist es ja nicht so, du schmeißt das Zeug irgendwie in der Gegend rum und nach vier Wochen kommen dann so lustige kleine Grashalme raus. Und das ist alles schön gleichmäßig, sondern das sieht erst mal aus wie, na ja, nicht schön. Inklusive Unkraut und was sonst alles dazwischen ist. Und du willst ja eigentlich nur eine Rasenfläche haben. Du willst ja eigentlich noch anschließend Unkraut beseitigen, wobei es ja in einem schönen Garten kein Unkraut gibt. Anderes Thema, andere Podcast-Folge. Aber was ich damit sagen möchte ist, manchmal musst du einfach auch mit deiner Marke oder mit deinem Unternehmen, auch gerade wenn wir über digitale Themen reden, Softwareprozesse und was auch immer, vielleicht musst du ab und zu mal in ein Invest gehen. Denn was passiert? Ich habe Rollrasen bestellt oder meine Frau hat Rollrasen bestellt und dann kamen acht Paletten von diesem Zeug. Und die Dinger sind schwer ohne Ende. Also für alle die, die glauben, ja klar, wenn du mehr Geld hast, mehr investieren kannst, dann wird das auch alles leichter. Wenn ich mehr Geld und mehr investieren kann in meine Marke, na ja, sicher ist das einfacher. Nichts da. Mein Rücken erzählt mir eine ganz andere Geschichte. Das waren acht Stunden lang Rasen heute verlegen. Da ist nichts leichter. Dir tut alles weh. Hätte ich das mit diesen Grassamen gemacht, wäre das irgendwie körperlich zumindest einfacher gewesen. Ich würde mich innerhalb meiner Komfortzone bewegen. Ich würde weniger Geld in die Hand nehmen müssen. Aber ich müsste halt auch echt lange auf ein geiles Ergebnis warten. So, die einen sagen, na gut, dann warte ich halt. Ja, und kümmere mich dann in den nächsten Wochen darum, dass das irgendwie nachgesät wird, nochmal nachgedüngt wird, Unkraut raus und so weiter. Und die anderen sagen, okay, ich gehe jetzt acht Stunden lang durch die Hölle. Und glaubt mir, nach zwei Stunden denkst du, du kannst nicht mehr. Nach vier Stunden denkst du, Mist, noch gerade mal so die Hälfte. Und dann nach weiteren vier Stunden merkst du, also du spürst Muskeln, das kann ich euch sagen, die kannte ich vorher gar nicht. Gut. So, also zurück zu unserer Metapher. Was bedeutet das also, wenn du eine Marke aufbauen möchtest, wenn du eine Marke betreiben möchtest, also wenn du schon eine hast, wenn die schon etabliert ist, wenn die vielleicht auch schon ein bisschen Jahre gekommen ist, oder Startups, die gerade bei Null anfangen, investiere in Rollrasen. Also will sagen, investiere in jemanden, der an deiner Seite dir hilft, in Form von diesem Rollrasen, der dir hilft, deine Marke in den Markt zu bringen. Eins, zwei, drei. Der dir hilft, deine Medienkanäle aufzubauen, miteinander zu verbinden, vielleicht einen geilen Podcast zu machen. Natürlich. Ja, musste ich heute sagen. Aber wo du nicht am Anfang dastehst und Grassamen siehst. Ja, und gönn dir diese Anstrengung. Gönn dir das geile Gefühl, nach acht Stunden den Körper wieder zu spüren. Ja, gönn dir das. Und du wirst viel schneller zu Ergebnissen kommen. Das ist mein Tipp. Heute nach 10 Tonnen 400 Quadratmeter Rollrasen verlegen. Leute, ich kann euch sagen, es ist ein geiles Ergebnis und man fühlt sich am Ende wirklich super. Und du kannst einfach viel schneller damit arbeiten. Also du kannst viel schneller auf dem Rasen Fußball spielen. Ja, oder ein Picknick machen. Du kannst es viel schneller verwenden. Es ist viel einfacher. Und dieses Gras aussehen, dieses zaghafte Investieren, das ist alles das, was deine Marke einfach von Anfang an, wie soll ich sagen, die ist halt einfach schwach. Ist ja klar. Ist ja noch ein Pflänzchen. Ist ja erst mal so ein Samen. Der muss dann aufquellen. Und dann muss dann irgendwie so ein Pflänzchen entstehen. Und deswegen kann die auch noch nicht so performen. Wenn du am Anfang bist mit deinem Branding und mit deiner Sichtbarkeit und Bekanntheit und so weiter, dann ist das alles noch so zart. Und deswegen hol dir die Leute an deine Seite. Also sorg dafür, dass du perfekt aufgestellt bist, Top-Experten hast, die sich damit auskennen. Ruf uns an. Kostenfreier Strategie-Call. Wir können dir sagen, wie du aus diesem Gras-Samen-Säen rauskommst und hin zu Wollrasen, dass du schnell ein grünes Ergebnis hast. Und das ist echt wichtig, weil das musst du ja auch aushalten. Du musst ja aushalten, dass du geackert hast. 400 Quadratmeter Einsehen ist ja auch Arbeit. Aber du siehst am Ende nichts. Und das wird auch die Woche drauf noch nichts Erkennbares bringen. Vielleicht nach zwei Wochen ansatzweise, nach drei Wochen schon ein bisschen mehr, nach vier Wochen erste Ergebnisse. Aber du kannst immer noch nicht damit arbeiten. Du kannst immer noch nicht darauf Fußball spielen. Du musst warten, 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 warten. Ich weiß nicht, acht Wochen? Dann könnten wir darüber mal nachdenken, ob wir diesen Rasen vielleicht schon belasten. Aber nur ganz Vorsicht. Die Picknick ist noch nicht drin. Du kannst vielleicht mal drüber laufen. Und das ist genau das, was ich dir mitgeben möchte. Viele Marken sind nicht erfolgreich, weil sie noch nicht belastungsfähig sind. Das ist wie mit Netzwerken. Du baust dir ein Netzwerk auf und dann muss man immer abwägen und sagen, ist das ein belastbares Netzwerk? Also kann ich in mein Netzwerk reinrufen und sagen, ich brauche jetzt einen Experten oder eine Expertin für ein bestimmtes Thema? Und dass dann auch ein Echo kommt, und dass dann auch was zurückkommt. Dass die Leute dir helfen, bei dir sind, für dich da sind. Das ist ein belastbares Netzwerk. Genauso brauchst du eine belastbare Marke. Wenn deine Audio-Brand, wenn dein Podcast, wenn deine Podcast-Marke kraftvoll ist und du machst einen Aufruf und sagst, hey, ruf mich an, wenn du damit ein Thema hast, dann rufen die Leute dich auch an. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist ja genau das, was wir wollen. Und von dem her mein Tipp heute an dich, kurze Folge heute, wichtiges Thema, geh Rollrasen auslegen. Das ist mega. Fotos übrigens zu meinem heutigen Rollrasenthema findet ihr auf unserer neuen Markenrebell-Community-Plattform. Wir sind umgezogen. Wir hatten das vorher bei der Genius Alliance University-Plattform. Das war aber eine Mischung verschiedener Themen und Leute, die uns gerade erst finden, die noch gerade ganz neu in unsere Community kommen, die kamen damit nicht klar, verständlicherweise. Deswegen mussten wir handeln und alles umziehen. Das ist natürlich ein enormer Aufwand, aber den haben wir uns jetzt angetan. Und deswegen findet ihr den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu unserer neuen Markenrebell-Community-Plattform. Und dort gibt es Rollrasenbilder. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche Montag. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.